So, wir wechseln die Lokalität, sind aus dem Legoland raus und gehen jetzt rüber zu Bollivote. Es gibt zwar keine Achterbahn, es ist trotzdem ein Freizeitpark, den man vielleicht mal besuchen sollte. Das werden wir jetzt gleich feststellen. 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 Das werden wir jetzt nicht mehr 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 feststellen. Wir gucken es einfach so an. Und bei jeder auch noch so undenklichen Gelegenheit wird hier Wasser ins Gesicht geflügt. Und ihr könnt euch jetzt im Hintergrund denken, dass hier viel los ist. Aber alle sind gerade aus dem Flying Theater raus, wo du erst vorher erstmal gesammelt wirst. Und in diese nächste Attraktion hier, Ray One Unleashed oder so was heißt. Ich habe keinem lassen, was auf uns zukommt, was das für ein Ride ist. Es ist halt witzig, dass konsequent der komplette Flying Theater jetzt hier reingesteppt ist. Jetzt geht's gut. Jetzt geht's gut. Okay, jetzt ist gerade hier ein bisschen Panik, weil in dem Moment, wo wir aus der Attraktion raus sind, ist der Strom aus dem Licht ausgefallen. Logos sind aus, der Shop ist komplett duster. Und was war das für eine Attraktion? Es war ein 5D-Kino, also mit Wacke sitzen, Wasser ins Gesicht, Wind und gegen die Beine geschlagen. Alter, war das irrekt. Sonst hast du ja bei jedem Schlag... Ja, weißt du, was da mit Verschleiß an dem Sitzen ganz ist? Aber ich finde, also mein Leider ist auf jeden Fall, dass der Gute ein Doppeldecker-Bus von der Straße, der gerade vorbeifährt, nimmt. Und damit den Bösen bewirft. Und das Ganze auch schon an der Briefe, das Ganze bringt. Also das Ding ist dann auf jeden Fall explodiert. Es war mindestens der Fahrrad in dem Bus. Wenn nicht sogar der Bus voll besetzt. Ich dachte auch zuerst, es spielt in Dubai, weil mittelrund nur Träne waren. Aber es spielt irgendwie in London und in England jedenfalls. Und es war super lame, superschlecht. Hm, weiter geht's. Ja. 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 dualer Da. Ja. Ja. Untertitelung. BR 2018 So, wie heißt der hier? Heißt der Don? Wir waren irgendwo mit Don. Es gab Teile Pre-Show, deswegen erschließt sich das noch etwas weniger, als so schon, was hier passiert. Und das war ein Massive Tunnel. Das waren wir wirklich in Dubai. Ich weiß nicht, also ich habe keine Ahnung. Es ging los, dass wir auf der Straße gefahren sind. Und instant war krass. Tausend Sportwagen um uns herum, Sportwagen mit Blaulicht und dann alle haben sich gegenseitig weggerammt und LKWs sind umgefallen und explodiert und auf einmal konnten wir fliegen. Wir waren aber irgendwie eine Art Hubschrauber, aber auch ein Düsenjet. Und dann wurden wir von fliegenden, Jetpack-tragenden Mannaufgaben angegriffen und angeschossen. Und das war sehr schlecht, sehr chaotisch und es war wieder so ein kurzer Massive Tunnel mit nur einem Wagen. Und er war halt nicht gut. So, jetzt geht's weiter. So, jetzt geht's weiter. So, jetzt besser geht's. So, jetzt geht's weiter. So, jetzt geht's weiter. So, jetzt geht's weiter. So, jetzt geht's mal. Achtung, ha ha, ha, it's time to taste your skin, shoot the target on the map. Achtung, ha, 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 ha. So, jetzt haben wir noch den interaktiven Dark Raid gemacht und wie wild rumgeballert. Und stellen mit erschrecktem Quest, wir sind jetzt am Ende vom Park, das letzte Highlight, das letzte, was wir überhaupt noch hätten machen können, ist die Sunshow und die findet Bomtar nicht statt. Was du trinken? Groß ist 3 Euro. Haben wir jetzt groß war ja okay, ne? Ja. 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 Wir wussten jetzt nicht, was wir jetzt nochmal absorten, weil Motiongate wollten wir heute eigentlich anschließend noch im Dunkel filmen, aber wie ihr seht, ist esogensant amazing and일�ance dunkel, es dauert nur 2,5 Stunden. Und dann haben wir uns jetzt entschieden, unsere Countour, die wir eigentlich morgen machen wollten, dass wir die jetzt einfach schon machen, weil das dauert also nur die reine Fahrzeit so ungefähr zwei Stunden. Mit Abstrichen. Mit Abstrichen, ja gut, aber kannst du, glaube ich, mit Leben, ne? Oh, hip-hop. Und genau, dann machen wir das jetzt. Dann machen wir morgen den Lego-Wasserpark. Das kannst du morgen erzählen. Okay, dann machen wir das jetzt. Du hast ja schon genug ins Gebet gequatscht. Und dann, boah, ich geh ab auf den Teppich mit dir, Junge. Ich habe auf die Knie mit dir, Mädchen. Nee, ich nicht. Peacock.